So, willkommen zurück. Zum letzten Mal zur guten Kampagne in Mittelerde. Wir greifen jetzt mit König Elissa und der Armee Gondors das Schwarze Tor an. Und ich hoffe, Rohan kommt uns dann noch zu Hilfe. Viel Spaß. Das Schwarze Tor Mordors hält alle Feinde des dunklen Herrschers aus Mordor fern. Okay. Ahem. Ahem. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt. Da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaftsbande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sage ich, haltet Stand, Menschen des Westen! Tolle Ansprache, die habe ich im Film schon geliebt. Ah ja, jeweils... oh, nice. Gandalf, das wird ein Spaß für dich. Ja, ich würde mal sagen... Da wir ein Rohan-Lager und ein Gondor-Lager haben, heißt das wohl, Gondor kommt... Ah ja, hier steht es ja in 17 Minuten. Oh mein Gott, da kommen sie. Macht euch bereit! Eilt euch! Mal schauen. Unsere Truppen werden angegriffen! Mal schauen, mal schauen. Oh, das... Ah, die kommen auch da von der Seite, okay. Trotzdem müssen wir das jetzt schon mal machen. Genau, sehr schön. Ja, sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Was ist da? Oh, ja, sehr gut. Ne, das macht hier jetzt mal. Pippin. Du wirst bald wieder mit deinem Kumpel vereint, übrigens, ne? Mary ist auf dem Weg. Okay. Okay, okay. Mal schauen. Momentan kann ich niemanden mehr dazu holen. Mary? Wir sind Flieger des Auenlandes. Okay, ich habe mir den langsamsten ausgesucht. Aber, ja, was müssen wir denn eigentlich machen? Hier drin sind wahrscheinlich... ...noch, äh... ...Estungen und sowas. Hier stehen die... Ah, da kann ich schon mal Legolas ein bisschen vorschicken. Und fahre mir. Dass die da vielleicht schon mal ein bisschen aufräumen. Wenn das klappt. Und wir bauen jetzt hier noch das Ding. Ja, glaube ich auch. Okay, hier wird einfach nur... ...nur Rohstoffe produziert. Okay, das war's. ...Kreaturen. Bleibt weiterhin wachsam. Wenn wir die schon mal wegkriegen da oben irgendwie... ...dann wäre das nicht schlecht. Okay. Hier seid ihr sicher. Kommt schnell. Genau. Okay, Legolas, haben wir fast verloren. Sehr schön. Sehr schön. Mann, oh Mann. Wir werden dieses Land schützen. Die kamen sehr plötzlich. Mittelerde braucht uns. Orgs, bereitet euch auf den Angriff vor. Okay. Da haben wir was angerichtet. Da kommen schon wieder die Nächsten. Aber immerhin haben wir hier das Ding abgeräumt. Als nächstes kommt denn das dran. Ja. Wir müssen bereit sein. Er kann auch nicht wieder seine Superfähigkeit machen. Aber... ...naja. Aber wir können die kleine Armee der Toten rufen. Ja, die kleine Armee der Toten war jetzt schon sehr hilfreich. Hat hier ein bisschen aufgeräumt. Und ist sogar noch recht lange da. Das ist schön. Kommen die da auch hoch? Das wäre natürlich besonders cool. Oh ne, schade. Gut. Das haben wir schon mal wieder geschafft. Da kommen aber schon die Nächsten. Wahnsinn. Orgs, bereit machen! Sie greifen an! Okay. Schnell, 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 schnell. Ich muss da hin, zurück. Ich mache einen letzten Atemzug. Halt! Okay. Folgt mir! Klappt doch bis jetzt ganz gut. Ja, die wollen uns umzingeln, aber das klappt halt nicht. Das klappt halt nicht. Oder die wollen zu unseren Festungen. Das kann natürlich auch sein. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Schritte vor. Damit wir sie hier ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen. Die ersten Reiter aus Rohan. Holen wir uns jetzt schon mal als Vorgeschmack. Wir können hier schon mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Wie es aussieht, komme ich gar nicht so weit. Ne. Was? Oh, wo kommt die denn her? Ja gut, aber das sollten die Türme schaffen. Das sollten die Türme schaffen. Zermalmt sie! Wir haben die Schmiede verbessert. Nehmt ihre Flanke! Reitet aus! Okay, ihr könnt ja hier dran mal ein bisschen Unruhe stiften. Aber das geht gar nicht. Haha. Gut. Könnt ihr euch jetzt mal hier oben umschützen? Deine Meister! Macht euch kampfbereit! Zu mir! Sie sind so zahlreich! Waggon. Einer weniger! Bis jetzt sieht es echt noch sehr einfach aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das täuscht. Habt keine Angst! Wir werden angegriffen! So, jetzt sind die Bogenschützen hier schon mal weg. Jetzt machen wir hier noch die Trolle weg, damit die das Tor nicht wieder schließen. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Wir müssen bereit sein. Ja, was soll uns jetzt noch passieren hier? Wir müssen zusammenbleiben. Ich schätze aber, dass das hier gleich sichtbar wird. Und dass da dann noch eine Menge auf uns wartet. Das wäre ja sonst zu einfach. Na, schaut. Schon geht's los. Schon geht's los! Jetzt kommt die Trolle. Gerade rechtzeitig habe ich das hier. Oh, Scheiße. Nein! Nein, nicht Gandalf. Ah, haben wir hier den Sammelpunkt. Die Orks kommen! Die Schlacht beginnt! Ja, die Trolle haben wir gut erledigt. Bis jetzt ist es fast zu einfach. Muss ich das hier vielleicht kaputt machen oder was, damit es weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Ja, noch sechseinhalb Minuten, dann kommt Rohan und greift in die Schlacht ein. Aber momentan weiß ich nicht, ob ich bis dahin schon fertig bin. Aber ich nehme mir wahrscheinlich die Klappe mal wieder zu voll, wie immer. Weil hier kommen ja immer wieder neue, also wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist da noch irgendwas. Haltet das Gleichgewicht! Macht eure Bögen bereit! Haltet ein! Erschießt diese dunkle Brut! Ja, was ist denn da? So. Gibt es hier noch irgendwas zu zerstören? Sieht nicht so aus. Ich bin hier. Halt! Ich bin in Denetors Namen zurückgekehrt. Der Feind! Entdeckung, Männer! Ja, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier hin und schießen einfach alles ab, was da rauskommt. Solange ich nicht weitermachen kann. Da! Die Harathen kommen! Und von wo? Auch von da oben oder auch um die von woanders? Der Feind überwältigt mich! Was? Nein, nein, nein. Macht euch kampfbereit! Hier entlang! Beallt euch! Ich bin euer Hauptmann! Wir werden angegriffen! Oh, jetzt wird es hier langsam aber ein bisschen düster. An mir kommt keiner vorbei. Das ist dein Ende! Oh! Er wird die Sonne nie wiedersehen! Das ist dein Ende! Überlass ihn mir! Schüsse! Zurück! Das war jetzt natürlich hart. Wir dürfen hier nicht verweilen! Weitdeckung, Männer! Bereit! Wir dürfen hier nicht verweilen! Das war jetzt hart. Wir müssen weiter! Zur Festung! Rasch! Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor! Fürchtet sie nicht! Die Waldläufer müssen sich auf jeden Fall jetzt mal hochheilen. Der Feind! Entdeckung, Männer! Der Feind ist da! Überlass ihn mir! Ja, den schaffst du mit dem Schuss. Aber da sind noch drei... ...drei Trolle, die einfach an uns vorbeilaufen. Das ist nicht so gut. Haltet die Augen offen! Ich bin hier noch nicht fertig. Da ist euer Ziel! Wir werden... Feuer einstellen! Sie brauchen uns hier! Ich brauche Hilfe! Holt sie euch! Oh, Aragorn ist auch schon weg. Das Kriegsglück wendet sich gegen mich! Was, was, was? Jetzt sterben die alle hier? Okay, wie gesagt. Ich habe die Klappe zu voll genommen. Oh, wow! Meine Maus ist leer. Gut, dass ich hier noch eine Ratzmaus rumliegen habe. Ja, jetzt sterben sie mir alle, weil ich hier zu blöd bin. Gut, okay. Das war natürlich jetzt mal nicht so wie erwartet. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Gut. Die sind zwar super gepanzert, aber was bleibt uns anderes übrig? Krass, als wären wir gar nicht da gewesen wären. Ähm, ja. Okay. Sind alle super ausgerüstet. Da reicht einmal rüberreiten nicht. Schade. Reitet! So. Okay, hier kommen noch mal ein paar Trolle. Oh, Mann. Hm. Ja, gut. Hilft ja alles nichts. Reitet! Sie greifen das Lager an! Oh. Noch mehr Trolle. Prima. Schande. Was ist hier eigentlich unser Ziel? Überlebe die vierte Angriffsfälle. Achso, ja, okay. Ausgelockt haben wir sie. Ohne Zweifel. Wenigstens die Armee der Toten ist ihnen gewachsen. Ich habe geschworen, der Gemeinschaft zu dienen. Wahnsinn. Ja, kommt mal alle wieder zurück, ihr Helden. Hier, wie weit schafft ihr es noch? Sie greifen das Lager an. Sie greifen das Lager an. Was ist das? Was ist das? Ah! Gut, tut euer Bestes. Das kann ich hier gar nicht benutzen, den Elbenwald. Wir haben die Zitadelle verloren. Sie greifen das Lager an! Okay. Ja, hier geht's auch hoch her. Scheiße. So gefällt mir das schon besser. Ich werde mein Volk verteidigen. Gondor muss standhalten. Männer Gondors. Gerade rechtzeitig. Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Dies ist unsere Stunde! Abscheuliche Kreaturen! So. Problem ist, die sind halt voll ausgerüstet und wir haben nicht alle Feuerpfeile, aber mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Gut, dass das noch steht. Ist aber noch auf Rang 1 und jetzt können wir sowieso keine Truppen mehr bauen. Gut. Die Waldläufer wurden echt dezimiert hier. Das ist echt heftig. Geht ihr mal hier rüber. Macht euch kampfbereit! Oh Mann, wie der Treue. Vernichtet sie! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Attacke! Sie greifen an! Vernichtet sie! Ja! Tod allen Feinden! Ja! Oh, man sieht Frodo, der vorwärtskommt. Das ist gut. Komm zu mir, Rohirrim! Das ist sehr gut. Was kommt da? Oh Mann, noch mehr in Asgul. Unsere Truppen werden angegriffen! Und da kommen sie auch von. Oh Mann, bin ja auch schon wieder verloren. Krass, krass, Leute. Das ist auch schwer, wirklich schwer. Schaut euch das an, ey. Ein Troll nach dem anderen. Nein, Gondal, Mann! Ja, genau. Würdet ihr bitte Gandalf wiederbeleben, ey? Sonst flippe ich aus. Hier kommt keiner vorbei. Elende Bestie! Der Weg ist frei. Männer Gondos! Unsere Leute brauchen uns! Ach, jetzt kommen sie alle hier runter? Haben sie gesehen, dass hier zu viele Reiter stehen, oder was? Zeit für einen Impress. Wir sind Krieger des Auenlandes! Wir werden angegriffen! Da kommen sie! Frodo erreicht den Schicksalsberg in drei Minuten. Ich glaube, das können wir hier gar nicht gewinnen. Wir müssen nur diese drei Minuten noch durchhalten. Irgendwie. Er ist tot! Boromir ist tot! Kommt her, ihr Ungetüme! Sie greifen an! Krass. Beeilung! Wir haben Armeen, die wir uns aufgebaut haben. Und hier vernichtet. Vorsicht! Einer weniger! Verdammt. Ich war zu spät. Da ist er! Ich bin zu spät. Sollen sie kommen! Der Feind ist da! Sie greifen an! Wir müssen das Übel aus unserem Land jagen! Ich werde nicht im Lager warten! Ich werde kämpfen! Ich werde widerhalten! Ja, bitte! Tu das! Dies Land muss befreit werden! Wir werden siegen! Vernichtet den Feind! Der Feind ist hier! Der Feind ist da! Wir werden angegriffen! Krass, Leute. Krass, Leute. Krass, Leute. Was ist hier los? Ich bin bereit! Ich glaube, ich bin verloren! Zünd mich! Zünd mich! Gimli ist gefangen! Ja, die sterben alle! Die sterben alle hier! Ich komme gar nicht hinterher! Ah, jetzt darf ich auch Gandalf mal wiederbeleben! Wie nett! Nein! Der Feind ist unter uns, Männer! Legolas! Wir haben Legolas verloren! Jupp. Wir haben Legolas verloren. Und wo ist er? Wo ist er denn? Kann ich den hier nicht wiederbeleben, oder was? Hä? Okay, wahrscheinlich zu viele... ...ne Warteschleife. Ich würde hier gerne noch mal irgendjemanden zur Hilfe holen. Wir haben aber noch 25 Sekunden. Das schaffen wir. Das war nur zum Aufwärmen! Das ist für das Auenland! Der Feind ist hier! Schlagt alle ab! Ich bin zurückgekehrt, um meine Aufgabe zu erfüllen. Ja, campet hier mal hier. Das bringt wahrscheinlich auch nichts mehr, aber... Man weiß es ja nicht. Nein, falscher Knopf. Doch nicht. Was ist jetzt? Das war aber knapp, Leute. Das war aber knapp. Krass. Ja, hier ist Frodo ein Held und schmeißt ihn einfach selber rein. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Wir haben es geschafft. Alle Helden sind auf Level 10 und sie haben gekämpft bis zum letzten Mann. Um Frodo Zeit zu verschaffen. Hier sieht man es noch mal vielleicht. Also. Ah ne, hier sieht man nur wie viele Einheiten wir getötet haben. 2.344. Und wie viel wir verloren haben, steht da jetzt gar nicht. Puh. Mal schauen, ob hier noch was zu sehen ist, wie viel noch übrig sind. Ja, die Helden sind noch übrig. Aber, oh, schaut euch das an. Das ist traurig. Und aus den ganzen Armeen, die uns durch die ganzen Missionen geholfen haben und sich aufgelevelt haben, sind noch diese vier hier übrig. Ja, von Rohan gerade mal drei. Davon sogar eine, die erst im letzten Level in Ruhn dazugekommen ist. Und zwei, die auf Level 10 waren. Die haben überlebt. Die von Anfang an dabei waren. So ziemlich. Und ein Bataillon, und zwar nicht mal Wildläufer, sondern ein normales Bogenschützenbataillon von Gondor, das seit Naharath dabei war, hat auch überlebt. Alle anderen wurden vernichtet. Sie haben ihr Leben gegeben. Für einen höheren Zweck. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das hier bringt. Meine Gesamtpunkte. 5.298.825. Ja, und damit ist die gute Kampagne zu Ende. Wir haben Mittelerde befreit. Hier sieht man nochmal ein paar Szenen aus den Filmen. Oder, nee, aus dem Spiel. Oder beides? Keine Ahnung. Nochmal, wie alles begonnen hat. Das lasse ich jetzt einfach nochmal unkommentiert durchlaufen. Also, das was für ein Mögel. Vielen Dank. das war. éehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehenehe Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird natürlich hart, wenn man gerade erst Mittelerde befreit hat, aber ich denke mal, das ist auch für euch und für mich interessant, es mal von der anderen Seite aus zu sehen. Natürlich auch auf hart. Vielleicht verlieren wir ja auch die Helden. Die hellen Helden sind ja stark. Nein, keine Ahnung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf der dunklen Seite. Macht es gut. Ciao.